Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Fortnites Battle Royale und wie ihr seht, gibt es hier diesen Schrott scheiß Rucksack, ne ist nicht scheiß, aber ja, den gibt es hier gratis für Null, äh, Ding, ich hab hier kein Geld für den Splos, deswegen, äh, ja, und deswegen hab ich es mir einfach gekauft, so ein paar Sachen wie, ein paar aus Neu Skins und was ist das für ein Tanzen, na ne, das ist nicht neu, was ist das, boah, Geld, Money Rain machen, ja, okay, wir tanzen echt besser, am billiger, also wir machen mal eine Runde Solo, vielleicht schaffe ich ja mal einen Win oder so, also wir sehen uns, wenn, ähm, ich im Spiel bin, richtig gut, das ist gut, Leute, da bin ich hier, oh, in dem Bus, fliegenden Bus, ich gehe vielleicht zu Luke Lake, da bin ich letztens 8 Uhr gefahren, aber, ich bin nicht so gut in Fortnite, wie jeder andere Fortnite Gamer, ähm, immer erster wie er jetzt natürlich, und ich werde nicht immer erster von 100 Leuten, ja, deswegen, ich bin ich so ein harte Pro-Gamer, aber egal, ich bring jetzt mal raus, hier ist ein Bauernhof, oder, keine Ahnung, ich hab noch nie mit dem Rucksack hier in Fortnite gekämpft, na, sieht ganz schön cool aus, ja, erinnert eigentlich überhaupt nichts, außer halt das Aussehen, ich bin nicht so ein harte, als Fortnite-Geld-Ausgeber, ja, für GTA oder so, naja, irgendwann landet man mal auf diesem Haus, Sturmbrau, äh, Brautschleinchen zusammen, okay, oh, da ist einer, dann gehe schon, ne, ich scheue da, ist auch ein bisschen, also wenn ihr, ähm, ja, also wenn ihr, ähm, Fortnite-Rettet-Die-Welt spielen wollt, das muss ja, so ein Premium-Ding kaufen, hab ich bald schon in die Hand gesehen, dass er sowas macht, äh, und der erste Kill ist da, so hat er gekillt, oi, ja, also, baue ich meine Treppe, habe ich Materialien, äh, ja, scheiß Reifen hier, okay, gehe ich hier hin, äh, hallo, ich habe nur noch 13 Schuss in meiner Maschinenpistole, hallo, hallo, oh, ein bisschen Heu brauchen wir mehr, so, und hier ist nichts Besonderes, mit 13 Schuss in der Maschinenpistole werde ich, glaube ich, nicht lange überleben, so, oh, oh, ich höre schon Schüsse, och, nee, noch keine Lust zu sterben hier, ja, wo ist der? Egal, ich schlüschte einfach mal, tschüss, tschüss, oh, da ist, oder vielleicht ist hier noch was drin, ah, ein Revolver, ah, ich hätte lieber Munition für die Maschinenpistole bekommen, so, oh, scheiße, ich will Schrotflitte, oh, Schrotflitte, geil, geil, sogar ein Grün, fuck, also, ähm, ich will wieder, ähm, ist es von mir, nee, Schöschüsse, oh, nee, einer beschießt mich, och, nee, soll jemand anderes beschießen, nicht mich, los, geht er hoch, scheiße, vielleicht kann ich noch mit meiner Schrotflitte erledigen, äh, ich sehe, hey, wo ist der? Uh, ne goldene Waffe, aber die ist richtig scheiße, nehm ich lieber meinen Schrotflitte bitte, oder meine Maschinenpistole jetzt wieder 25 Schuss, oh, ich hab ein 10, nein, ich bin tot, so, und jetzt starten wir mal in die nächste Runde, ähm, eigentlich, der Rucksack, oh, ja, der Rucksack, der bringt eigentlich gar nicht so viel, nur weil das aussehen, wie gesagt, äh, ja, so, da fliegen wir hier, in diesem Schwindeldorf, oder waren wir da eben nicht schon, na, da geht schon zu Ludlake hier drüben, Ludlake, das ist einfach, äh, gut, weil ich da meistens immer überlebe, ein bisschen länger als uns überlebe, so, und, ist hier eine Truhe da so, äh, oh, da ist sogar eine Truhe, lohnt es sich jetzt auf die Insel zu gehen, ist ein bisschen weiter weg, die große Insel, ja, okay, wegen der Truhe, kann ich schon machen können, so, und, oh, 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 da kommt einer, da kommt einer, ich hab die Waffe, komm, ja, wo, wo ist denn, da unten, scheiße, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, war schon einer, oh, da ist er, hallo, hallo, oh, auch nie, jetzt bin ich runtergefallen, okay, da oben ist eine der Verfolgung, ich bin jetzt, ich geh mal hier in die Ecke, ich werfe nicht, verfolgt er mich? Nö, nein, einmal kein aggressiver Spieler, ist mir schön sowas zu sehen, aber irgendwann muss er runter, er kommt mich erledigen, kann man hier noch irgendwo, irgendwie runter, nee, nee, hier ist der einzige, also muss er herkommen, wenn er mich erledigen will, auch ein bisschen Stein, wenn er jetzt kommt, ne, Drecksau, ja, okay, er kommt, jawohl, eliminiert, obwohl er eine Schriftflinte hatte, so, da habe ich ihn, erledigt, yeah, eigentlich krasser Kill, ich habe nur nicht mal Schaden bekommen, von dem Typen, er hat eine Schriftflinte, die streuten, er war so nah bei mir, ich habe trotzdem mein Maschinengeberg kalt gemacht, naja, so besonders ist es jetzt nicht, aber für mich schon, ja, okay, ich komme mal so der Kiste da, hoffentlich knallt mich jetzt kein, ne, ab, was kommt, eigentlich darf ich jetzt hier kein abknallen, komm, komm, ich bin fast da, beil dich, du Stück Scheiße, so, so, nur, ein Schuss, gold, okay, dann trink ich mal den Schild drank, Jagdgewehr mit sieben Schuss, naja, habe ich auch mal eingekillt, würde schon was bringen, ich baue mir mal, ne, ich muss hier weg, hier ist die Zone, die kommt, und sorry, falls hier ein Grundgeräusch, Flugzeug hört, hat man das, hoffentlich nicht, so, ähm, ja, gehe ich mal weiter, und, bin endlich mal hier, so, ist immer zu sehen, baue ich mal ein bisschen Stein ab, das ist fast so wie Minecraft, bloß ist es nicht so wie Minecraft, äh, ja, ja, so wie Minecraft, aber ist es eigentlich, aber gut, alter Rucksack, hier, oh, oh, scheiße, ich wollte gerade den Rucksack bewundern, der Schießbesteine ab, ist der, fuck, ah, wo ist meine Base, ah, 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 scheiße, ich könnte eine Base bauen, so, und noch eine Tür zum Flüchten, okay, jetzt muss der hier reinkommen, hab nur Schrotflüter, falls reinkommen will, hä, von wo, ich hab so wenig Leben, wenn jetzt durchs die scheiß Tür kommt, ne, okay, einiges guter, da werde ich abknallen, hoffentlich kommt er jetzt nicht, ne, ich würde eben ein bisschen rumgammeln, oh, ich werde was bauen, oh, nie, er wird jetzt von oben wahrscheinlich kommen, da ist er doch, alter, was für ein Opfer, wir sehen uns schon gegenseitig, wollen jetzt schon am Kanal, nein, nein, als ob, also gut, das war es mit diesem neuen Video, hier, Kostorucksack, accessoire, so, hier findet man dem im Shop, heute noch, wenn ihr das Video guckt, das kommt ein bisschen später, als sonst, ja, eigentlich, macht es nicht sehr viel aus, aber ich sehe halt gut aus, naja, es ist halt, verschiedene Geschmack, passt nicht so zu meinem Skin, also, das war es mit diesem Video, ciao, Leute,